Fußballspieler Florian Wirz von Bayer Leverkusen ist für DAZN interviewt worden und da hatte der Reporter wohl einen schwachen Moment, denn er hat uns richtig schön noch mal erklärt, was man unter dem Begriff Fettnäpfchen eigentlich wirklich zu verstehen hat. Dann haben wir noch ein schönes Bild zum Schluss von Ihnen eingefangen. Sie hatten heute Besuch, ist das richtig? Ja, genau. Oma und Opa? Nee? Nee, das sind tatsächlich meine Eltern. Ah! Oh Gott, was für ein Fettnäpfchen von mir. Tut mir leid, liebe Christian, die Eltern auf jeden Fall. Aber ich finde, sie sehen frisch aus. Schön, wie er versucht hat zu rennen. Na, die sehen aber auch aus. Die sind ja noch da. Alter, das ist kein Fettnäpfchen, der ist mit einer Arschbombe ins Fettfass. Wobei man sagen muss, Florian Wirz, Eltern sind übrigens die einzigen Deutschen, die Rente und Kindergeld gleichzeitig bekommen. An denen geht es richtig gut. Richtig gut. ARD Text im Auftrag von Funk